Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Minecraft. Wir sind immer noch zu Gange mit unserem schönen Wunderwerk. Und ich habe irgendwelche Erz... Ah, Kohle, 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 okay. Das ist cool. Eingesammelt. Wenn du rauskommst, ne? Ja. Müssen wir uns mal ins Bett legen. Machen wir. Ich mach hier nochmal ein bisschen Erde weg. Ja, das ist keine Erde. Das ist wieder Erde. Nein. So, sieht doch super aus. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Da mal flottiger, Rottie. Ich farm noch ein paar Netherwarzen ab. Mhm, ich bin auf dem Weg. So. Ich bin da. Ich lieg im Bett. Ich gucke währenddessen, was mir auf WhatsApp geschrieben wurde. Einmal okay. Und ein Foto. Alles klar. Okay. Ach, das war ja unser Bücherraum. Warte mal. Mhm. 21 Bücher. Okay. Dann kann ich versuchen, noch ein paar Bücher zu machen. Bücher? Bücher zu machen. Da ist ja noch Eichenholz. Das ist sehr gut. Du böser Pursche. Bücher. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich nehm jetzt erstmal nur 30 Stück. Was brauchst du? Oder nur die 30 Stück. Noch ein paar Bücher. Alles gut. Bücher oder Holz? Ich hab jetzt Holz gemacht. Schon. Was denn? Eichenholz? Ja. Bretter? Ja. Nimm meine dazu. Brauch ich nicht. Gut. So. Ich brauch nur Alkazienholz im Moment. Ach, Scheiße. Was mach ich denn da? Oh, meine Ausrüstung geht so langsam kaputt. Muss ich mir mal eine neue herstelle. Ach, verdammt. Da scheitert's wirklich an zwei Holzbrettern, ne? Ich stell mir auch dumm an. Das gibt's doch nicht, ey. Ah, jetzt hab ich das schon wieder mitgenommen. So, jetzt haben wir nochmal sieben Bücherregale. Das war immer noch nicht voll, ne? Nein. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Nemesis der Gliederfüßer 1. Bun 1. Was? Was ist das denn? Nemesis der Gliederfüßer hab ich keine Ahnung. Und Bun 1 hab ich auch keine Ahnung, was das ist. Nemesis der Gliederfüßer? Ja. Hast du schon, ähm, Beschriftungen für die Kisten gemacht? Nein. Okay. Aber du weißt, was du in den Kisten schon mal einsortiert hast? Kannst ja reingucken, ja. Ich hab noch nicht viel einsortiert. Direkt hier in der Front, oder was? Oder wo hast du angefangen? Wenn man da kommt, links. Ah, da. Ah, Bruchstein. Das ist schon mal sehr gut. Nemesis der Gliederfüßer? Ja. Erhöht Schaden gegen Spinnen, Hühlenspinnen, Silberfischchen und Endermiten. Okay, ja, das ist Schwachsinn. Brauch ich nicht. Brauch kein Schwein. Ja. Äh, da steht ein Creeper. Alter. Oh, oh. Ich werde gleich noch mal in den Nether gehen. Mhm. Wir wollen nämlich Glowstone. Also, du hast noch keine... Ich mach dann schon mal eine Kieskiste, würde ich sagen. Ach, eine Kieskiste. Ich hab noch kaum Kies. Ich hab jetzt einfach nur mal drei Kies da reingepackt. Weil ich wollte nur mal ein Invantama auslernen ein bisschen. Gut. Äh, bop, bop, bop. Eins, zwei, drei. Nee, Quatsch. Ja. Ich schätze mal. Wir müssten eigentlich generell mal wieder eine Enderreise... Äh, Enderreise. Eine Netherreise machen. Warum? Dass wir ein bisschen noch Zeugs von da drüben hier rüber holen. Würde ich mal so behaupten. Also, dass wir nochmal ein bisschen was... ...dingsen können. Hast du Brot für dich gemacht gehabt? Mhm. Oder hast du Brotüberschuss? Mhm. Okay, gut. Dann mach ich ein bisschen Brot für mich selber mit. Mhm. Ich hätte nämlich gar kein Brot mehr. Musst du dringend... Ich hab mir jetzt... Ich hab mir jetzt einfach mal zwölf Brot gebacken. Mhm. Oh, oh. Weißte. Pass auf. Wenn du ins... Äh... ...ins... ...in den Nether gehst. Vor dem Netherportal. Also noch bei uns auf der Seite steht ein Creeper. Okay. Sehr gut. Ich hab jetzt einfach mal mein Inventar mal leer gemacht. Mit dem ganzen Zeug. In eine Kiste. Ja. Das war ich dann später da wieder raus. Das ist einfach nur, damit ich mit einem leeren Inventar darüber gehe. Und jetzt überlege ich gerade, was ich machen wollte. Ah ja, ich weiß, was ich machen wollte. Das sind nur die Nether-Koordinaten. Ja. Alles gut. Ach, jetzt hab ich das... Ich... ...das Lapis hier rüberholen. Wo ist der Gast? Wo ist der Gast? Schusssicher. Dornen. Uh. Das mach ich drauf. Für was? Für der Hose. Äh, für die... ...Dings. Äh, Eisenharnisch hab ich mir jetzt gemacht, sozusagen. Ähm, Brustpanzer. Feuerschutz 1 und Dornen 1 hat er mir jetzt draufgegeben. Was? Warum kann ich auf meine Hose nix draufmachen? Ach so. Ja, toll. Weil ich dafür so viel Level brauche. Da ist der Gast. Haha. Lutscher. Einfach nur mal, dass ich ein bisschen mehr... ...Schutz habe. Schutz? Ja, also Dornen bringt zwar keinen Schutz, aber zumindest ein bisschen Damage mit. Mhm. Kill dann mal den Creeper, der vor dem Nether-Portal steht. Ja, mach ich gleich. Bin mal gespannt, wenn wir aus dem Nether wieder rausgehen. Ob wir dann an der gleichen Stelle rauskommen, wie das letzte Mal. Ja, das war ja sehr creepy. Also, das war wirklich creepy. Ja, allerdings. Ich hab's auch ehrlich gesagt null verstanden. Oh, jetzt hat er sich auch noch in die Luft gesprengt. Aber hat nichts großartig zerstört. Sehr gut. Warum explodieren die Creeper eigentlich immer bei dir? Ich weiß es nicht. Ich bin von... Ich war eigentlich sehr weit weg von ihm. Von dem Creeper. Der war dann aber halt in der Explosionsanimation und... Ja, dann hat er sich halt in die Luft gejagt. Bist du wieder in die gleiche Höhle reingegangen? Also in die gleiche Festung? Nein. Hinter dir. Ach, da. Oh. Ich hab hier was abgebaut. Ja. Wollen wir da hoch? Ja. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, wenn wir in die gleiche Ecke gehen. Weil wir farmen ja dann die gleichen Ecken ab. Ach so, du willst farmen? Ich dachte, wir machen wieder so einen Run oder so. Wofür denn? Weiß ich nicht. Ich wollte Glowstone und Netherquartz. Okay. War schön, was zu bauen. Gut. Netherquartz baue ich gerade ab. Habt ein bisschen was. Auch. Außerdem gibt das schön Level. Da kann man... Ja. Da kann ich für die Verzauberung da ein bisschen was machen, sag ich jetzt mal. Genau. Da ist noch Netherquartz. Das war ja nicht so viel. So. Aber Glowstone ist ganz schön rar. Ich hab hier eine Glowstone-Quelle. Ja, das ist schön. Wie ich schon erzählt hab, die Lichter im Lager würde ich komplett gerne aus Glowstone machen. Oh, hier geht's aber weit runter. Nicht so geil. Ach, Zombie-Pigman. Lass mich in Ruhe. Wo bist du hergegangen? Ich bin rechts in diese Höhle reingegangen. Rechts in die Höhle? Ach, in die Festung rein? Nein, 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 nein. Da war so eine kleine Höhle. Eine ganz mini kleine Höhle. Da bin ich reingegangen. Äh. Also den Berg hoch und dann rechts direkt an der Wand. Jetzt komm ich da wieder raus. Ah, du bist unter mir. Hier. Oben. Beim Lavasee. Andere Richtung. Andere Richtung. Noch weiter drehen. Noch ein Stück weiter drehen. Ja. Da oben war ich schon. Ja, ja, da. Hier bin ich rausgekommen. Hier hinten. Oh, ich hätte mich hier gar nicht runterbauen müssen. Ich dussel. Äh. Warum? Was hast du getan? Weil ich von der anderen Seite, da hätte locker leichter ankommen können. Hm. Naja. Oh, ich seh netter Quarz. Ich seh netter Quarz. Ich seh netter Quarz. Was du nicht gesehen hast. Wo? Hier unten. Ja. Hier unten waren nur zwei Blöcke. Ach, da ist noch was. Oh shit. Will der ja auch nicht deine komplette Arbeit abnehmen, ja? Da ist Glowstone. Sehr schön. Ich hab hier bisher noch keinen Gegner gesehen oder gehört. Gas hört man doch die ganze Zeit. Ja. Da ist das auch irgendwo bei mir. Ich weiß noch nicht. Ah, Wither Skelett ist hier auch. Na komm doch. Na, da kommt er. Ha. Keine Chance hätte er. Da ist er. Der Gast. Na, schießt du auch auf mich? Glaub mir, ich schieß zurück. Boah. Glaubst du auch auf mich? Glaubst du auch auf mich? Ja. Da ist er. Da ist er. Boah, ich glaube, die haben die Größen der Quarzquellen hochgesetzt. Das kann sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich früher so große Quellen gefunden habe, sage ich jetzt mal. Okay, das hier baue ich zu. Ah, scheiße, ich brenne. Oh, oh. Nicht sterben. Ja, der Gast schießt gerade auch auf mich. Aber wo ist er? Ich höre auch dauernd einen, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch, nur jetzt gerade nicht. Der ist irgendwie gerade verschwunden. Ah, so eine Scheiße. Ich habe mich selber angezündet. Ich finde ihn nicht. Er ist jetzt auch bei mir still. Bei mir ist er still jetzt gerade. Bei mir labert er immer noch voller Kanner weiter. Ja gut, ich habe mich von dir entfernt. Also schätze ich mal, dass er in deiner Richtung irgendwo noch weiter nach rechts irgendwo lang geflogen ist oder so. Denke ich mal. Das ist möglich. Das ist möglich. So. Glowstone an der Decke, da komme ich dran. Ja. Auch Glowstone. Ich stehe direkt vor Glowstone. Und direkt daneben. Netter Quarz. Oh, da ist noch mehr Glowstone. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt mehr Nether Quarz, aber weniger Glowstone. Nö, ich bin hier voll auf einer Riesenader gelandet. Ja, jede, also die meisten Glowstone-Quellen, die sind schon groß, aber ich meine insgesamt das Vorkommen. Ach so, ja, das meinst du ja. Das kann sein. So, an sich die Quellen sind ja bei Glowstone immer ziemlich groß. Ja. Ich habe seitdem wir hier sind, schon 14 Level gemacht. Krass. 15. Ich bin jetzt bei Level 15. Ich war vorher bei Level 2, weil ich ein paar Sachen noch, Dings gemacht habe, hier. So. So ein paar Verzauberungen gemacht habe. Mhm. Ach, die drei lasse ich da, damit es ein bisschen heller ist hier. Wo da unten ist Glowstone. Alter. Mhm. Junge, hier ist ganz viel Nether Quarz. Wie gesagt, es ist sowieso total viel. Wo das alles herkommt. Na, der Quarz ist schon irgendwie so ein bisschen cheaty, ne? Habe ich das Gefühl. Wieso? Ja, weil du halt extrem viel Level machst dadurch. Das ist so, als ob du Redstone farmen würdest. Ja. Redstone gibt halt das gleiche. Man muss halt nur erstmal eine Höhle finden. Da kannst du aber dann Level farmen ohne Ende, wenn du einmal eine Höhle gefunden hast. Ja. So, komme ich hier irgendwo weiter, was mir was bringt? Nein. Komme ich hier runter? Was ist das denn? Ein Lava-Stein oder sowas? Oh, da muss ich aber runter. Ja. Deinen kenne ich ja noch gar nicht. Nur wie komme ich da runter? Hierher. Aua. Alter, ich kriege hier gerade voll die epische Musik, ey. Wieso? Irgendwie sowas. Hä? Voll richtig episch. Alter, hier sind voll viele Zombie-Pigments. Vorsicht, nicht hauen. Wäre schlecht. Ja, die laufen voll auf mich zu gerade so ein bisschen. Ne. Es ist halt geil, dass die so, solange du die nicht schlägst, dass die nichts machen. Ja, das stimmt. Weil die sind echt schon mega stark. Aber wenn du die einmal schlägst, da hast du halt Problemchen, sag ich mal. Ja, weil dann alle kommen, ey. Oh, aus den Steinen lässt sich was ganz Geiles bauen. Wie heißen die? Magma-Block. What? Wo hast du das her gefunden? Ja, hier ist tonnenweise davon bei mir. Alles mit. Wollte sowieso noch gucken, das habe ich das letzte Mal vergessen, was man mit Magma-Creme macht. So. Oh, sind das diese Jau? Hä? Ah, die sind auch heiß, die Steine. Ja, du darfst da nicht drauf gehen. Okay. Geil. Ich baue ganz viel ab davon. Soll ich es mitnehmen, ja, ne? Ja, ja, mache ich auch. Das ist ja geil, Alter. Das sieht auch total witzig aus, ne? Mhm. Seitdem am Anfang dachte ich, der heißt irgendwie Lavastein oder sowas. Magma-Block. Klingt auch gut. Oh, shit. Alter, ich habe hier so eine Riesenader davon gefunden. Ja, ich auch, aber ich habe keine Spitzack mehr. Und die lassen sich so geil schnell abbauen. Ja, ich habe aber kein Dings mehr. Ich habe mir vier Stück mitgenommen, Alter. Ich hatte drei. Glaube ich. So schnell leer, ich habe gerade mal meine erste leer. Gut. Durch die Magma-Blöcke ist die zweite auch fast leer, aber... ging ja bei dir ganz schön flott. Mhm. Ich habe auch total viel mich irgendwo durchbohren müssen, damit ich weiterkomme. Ja gut, dann geht das schnell. Das stimmt wohl. Ich bin an so einem Abhang langgelaufen. Und habe da einiges abgebaut. Ich habe zwei 64er Stacks, äh, Glowstone. Ne, drei 64er Stacks, Glowstone. Glowstone? Geil. Ja, ja. Dust also, Glowstone, Dust. Und zwei 64er Nether-Quartz und dann halt noch so ein bisschen was. Mhm. Dann kann ich ja schon bald anfangen, Glowstone zu bauen für dich. Ich habe dreieinhalb Stacks Magma-Blöcke. Okay, so viel habe ich nicht davon. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Alter, ich habe mich verlaufen. Vergleich doch mit den Koordinaten. Ich habe so extra in den Chat geschrieben. Naja. 1, 8, 3, 1, 8, 3, 7, 6. 1, 8, 3, 7, 6 ist die Höhe, ich Idiot. 2, 6, 3. So. Hier sind nochmal Magma-Blöcke. Nehme ich auch noch einen Teil mit. Hier ist irgendwo ein Ghast. Ja, ja. Können auch. Aber solange er die Füße still hält. Oh nein, ich brauche mich lieber hoch. Ich habe keinen Bock hier zu sterben. Also was ist denn bei dir? Ja, ein Abhang. Ja. Das ist die. Fuck. Ich bin falsch gelaufen. Fuck. Ich baue mich mal höher. Oh oh. Wie da kam mir her. Wo ist denn der Ghast? Der muss direkt über mir sein. Ich habe den voll laut gehört. Alter. Der macht mir gerade voll Angst. Er schießt auf mich. Auf mich schießt er. Ne, auf dich. Oh, ich habe noch einen Teil von der Festung gefunden. Nice. Auf der anderen Seite ist auch nochmal eine Festung. Okay. Ist gut. Ist der auf dich? Hm. Alter, direkt neben mir explodiert. Hä? Ich laufe total falsch, Alter. 183. Lass doch F3 geöffnet. Ist geöffnet, aber der Chat ist schnell weg. Ach, da hinten ist es doch. Ich habe ihn gefunden. Aua. Ich bin runtergefallen. Da hoch muss ich. Mal gucken. Alter, ich finde kaum Glow... Ich habe 15 Glowstone gefunden bisher. Was? Ja, ich finde keinen Glowstone. Du Scheiße. Aber dafür habe ich... 1, 2, 3, 4, 5... 5 Stacks Netherquartz. Ich bin schon wieder da falsch gespawnt. Aha. Toll. Was ist, wenn wir das Portal deaktivieren? Wenn wir es kaputt machen, meinst du? Müssen wir danach mal probieren. Muss einer reingehen, der andere baut es ab und dann gucken wir uns das an. Ja. Ja, oder du holst schnell die Diamantspitzhacke und ich gehe dann zurück, weil ich bin ja noch nicht fertig. Ja, gut. Machen wir so. Oh, das Lava. Oh, da habe ich fast reingefallen. Oh. Okay, jetzt weiß ich, dass der Gast auf mich schießt, wenn du weg bist. Lieber Gast, lass mich in Ruhe. Meinst du, er ist lieb? Ich glaube nicht. Aber er macht so süße Geräusche. Ja, süße Geräusche kann der gut machen, aber das heißt nicht, dass er nett ist. Und genauso wie die Türme bei Portal 2. Ich hasse dich nicht. Diamantspitzhack habe ich jetzt an mich genommen. Ja, legst du danach wieder da rein und passt das ja. Ich mache jetzt erst mal Glowstones. Ich hätte fast, ich hätte fast einen Zombie-Pigman erwischt, ey. Ach, fuck. Äh, ja, genau so war Glowstone. Weißt du, wie tief geht das denn hier mit diesen Magma-Blöcken? Keine Ahnung. Ich komme nicht dran, das ist das Problem. Ich kann ja nicht auf die Magma-Blöcke gehen. Ich kriege ja Schaden. Okay. Jetzt darf ich sowieso kaum noch welche abbauen. Ja, sonst komme ich nicht wieder raus. Ah ja. Sollte schicken. So, Rückweg. Wo muss ich lang? Ich glaube, da lang. Wo komme ich am besten hoch? Da. So, ein Glowstone-Dust habe ich noch und 51 Glowstone habe ich hergestellt. Ja, das hilft schon mal, definitiv. So, ganze restliche Zeit behalte ich bei mir. Ich gehe jetzt rüber und deaktiviere das Ding mal. Ja, ich stehe gleich vorm Nether-Portal. Dann warte noch ein bisschen. Ja, ja. Ich warte. Ich kann warten. Ah! Scheiße. Was? Ich werde sterben. Warum? Weil ich brenne. Du wirst nicht sterben. Überleb. Da ist er. Ich höre nicht auf zu brennen, ich sterbe. Toll. Was denn? Naja. Kannst ja wieder rein und das Zeug holen. War zum Glück nicht in der Lava. Okay. Und es dürfte, wenn was in Lava gefallen ist, dann nicht viel. Okay. Oh, da habe ich einen Block abgebaut, weil ich mich nach oben bauen wollte. Und da kam die Lava. Ja, genau dahinter war Lava. Hast du das andere Tor deaktiviert? Noch nicht ganz. Scheiße. Was denn? Ich komme da ja jetzt gar nicht dran. Warum? Jetzt ist es deaktiviert. Weil. Okay. Zack, 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 zack. Oh, oh. Garst schießt auf mich. Alter, halt die Klappe. Oh, Garst trifft mich sogar. Oh nein. Sag nicht, du stirbst schon wieder. Nein. Aber ich habe ein anderes Problem. Was denn? Ich habe kein Essen. Das Essen ist scheinbar in die Lava gefallen. Fuck. Komm schnell zurück. Ja. Ich weiß nur noch nicht wie. Und nein. Das ganze Holz ist weg. Toll. Warum hast du es denn mitgenommen? Das heißt, das ganze. Viel. Und viele Magma-Blöcke. Und viel Nether-Quartz. Vier Stacks Nether-Quartz, glaube ich. Wenn dann nichts mehr licht. Mal gucken, ob da noch was licht. Doch, mein Essen liegt noch da. Sehr gut. Wenigstens mein Essen. Ja, meine Fackeln sind... Doch, die Fackeln habe ich auch noch. Sehr gut. Mein Wassereimer auch. Ja, scheiße gelaufen, ne? Sau viel Holz. Ja. Und sau viel Level. Ja, 20 Level. Scheiße. Ich habe jetzt Level 7. Nur weil ich einen Block falsch abgebaut habe. Das ist doch immer so bei Minecraft, ey. Ja. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ah, da oben liegen noch Blöcke. Ja. Ja. Ich weiß nur nicht, wie ich hinkommen soll. Weil meine Spitzhack am Ende ist. Schusssicher 3. Haltbarkeit 1. Auf Hose? Du musst zu mir kommen, Alter. Ich komme hier nicht weg. Okay. Ich komme. Okay. Da liegen nämlich noch meine Sachen. Und ich komme nicht da. Ich komme jetzt sofort. Ich packe einfach alles, was ich aus dem Nether habe, in eine Kiste rein. Und bin gleich sofort wieder da. So ein paar Sachen liegen dann noch. Mein Bett liegt dann noch. Ich hole mal noch ein paar Spitzhacken. Bevor ich losbrette. Ach so. Ich habe ja Blöcke. Ich habe ja Blöcke. Oh, ich dussel. Soll ich jetzt kommen oder nicht? Nein, du brauchst doch nicht kommen. Ich konnte ja Sachen wieder aufsammeln. Oh, ich werde mich so oder so gleich nochmal in den Nether machen. ein paar Blöcke konnte ich hier jetzt noch aufsammeln. Was war das? Boom. Schätze. Toll. Das Wichtige ist weg. Toll. Na, was heißt das Wichtige? Das, was ich extra gefarmt habe, ist halt weg. Scheiße. Na ja, passiert auch mal. Na ja. Ähm, hast du noch genug Futter und alles bei dir? Mhm. Gut, also willst du noch ein bisschen im Nether bleiben? Nö, ich habe ja keine Spitzhacke mehr. Ich bringe welche mit. Nein! Was? Direkt hinterm Nether-Portal steht ein fucking Creeper! Oh, Mann! Bist du jetzt beim Alten wieder rausgekommen? Ja. Sehr gut. Ja, gar nicht so geil. Hat er alles kaputt gemacht? Wir haben ein riesen Loch im Berg. Weil er sich da kaputt gesprengt hat, wo natürlich Sand war. Und der dann runtergefallen ist. Wir müssen mal hier ausleuchten. Ja. So, ich würde aber mal sagen, das Ausleuchten, das würden wir in der nächsten Folge machen, oder? Genau. Das würden wir in der nächsten Folge machen. Ich, ähm, verabscheue mich heute. Du verabscheust dich? Ja, natürlich. Ich verabscheue mich heute. Äh, ich wünsche euch einen schönen guten Mittag, Abend, Tag, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschölü! Ciao!